Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer.